Also die Woche war ein Wechselbad der Gefühle für mich. Ich esse wahnsinnig gern Fleisch und ich bin eigentlich überhaupt nicht sinnvollig damit. Also war für mich klar, wer Fleisch isst, der muss auch ein Schwein schlachten können. Also nehme ich das unmoralische Angebot an. Ich habe das Tier dann auf der Weile auf dem Bio-Bauernhof kennengelernt. Ich war auch unglaublich dankbar für die Erfahrung in dieser Woche. Allein schon, dass man sich viel bewusster ist, wie das eigene Fleischkonsum so ist. Am Ende, als ich dann dem Tier in der Schlachtbox in die Augen geblickt habe. Und als mir der Metzger die Zange gegeben hat. Boah, nee, da habe ich es einfach nicht übers Herz gebracht. Und Mike hatte da eine tolle Idee, spenden einfach die 1000 Euro an den Gnadenhof. Denn da gibt es viele Schweine, die es verdient haben, ein langes und glückliches Leben zu führen.